Das Halloween-Gebiss Du brauchst Mandelstifte oder Mandelblättchen und Äpfel. Schritt 1 Den Apfel in vier Stücke schneiden. Schritt 2 Aus dem Apfelstück einen Keil herausschneiden. Schritt 3 Kleine Schlitze für die Zähne in den Apfelstanzen. Schritt 4 Die Mandelzähne in die Löcher stecken. Fertig! Musik Die Mandelzähne in die Löcher stecken. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020